Norddeutscher Rundfunk 2021 Jetzt die Ecke. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Was macht der draus? Nee, der geht nicht rein. Klasse Chance. Da stimmt fast alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Das war kein guter Versuch. Das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Schöne Aktion. Gute Idee dieser Ball. Das Tor sollte erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da ist die Chance. Gefährlich, immer noch. Kepa ist da. Kepa mit der Glanzparade. Kein Tor. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Schöner Spielaufbau jetzt. Gelb für Süle. Untertitelung des ZDF, j19, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017